Ich kenne mich nicht mit Basketball aus, Leute, aber die Jacke sieht geil aus, feier ich. Mega entspannt, kannst du eigentlich. Eine geile Jacke auf jeden Fall, hat coole Farben und ja, sieht mega nice aus. Ich mag das nicht, das ist dein Style, ich feier die Jacke mega. Wolltest du sogar anschreiben und sagen, ey bro, die Jacke sieht mega geil aus, Leute, hier, unser North Face X Supreme. Wir zum Stone Island Pulli, ganz schlicht. Ganz normaler Pulli, die Standard Pullis. Standard. Feier ich. Fear of Gods. Die Trackpants, feier ich mega. Ich hab die schon lange, sieht man auch, dass du Party anziehen kannst. Geil, Mann, Digga. Deswegen auch derbe gemütlich. Ich finde, das ist ein mega chilliger Schuh. Die Farbe feier ich mega extrem, würde ich mir sogar selber kaufen. Ich würde schon tragen, aber wenn du die öfters tragen, meine ich. So, dann kommen wir zu den Off-Ride. Highlights aus deiner Sammlung, würde ich sagen. Sie sehen leider nicht mehr so dolle aus. Egal, genau das feier ich, bin die so abgenutzt bisschen aus. Sorry, Bro. Ja, Mann. No Front, aber...